Hallo, in diesem Video wollte ich nur mal kurz meine ehrliche Meinung mit euch teilen. Es ist eine leicht zu benutzende Software, die die Preisfluktuation in einem Binäroptionsmarkt vorhersagt. Dadurch muss man nicht mehr Stunden vor dem Computer verbringen, um Charts und Indikatoren zu analysieren. Vielleicht fragst du dich, warum die Software kostenlos ist. Die Wahrheit ist, dass du ein Konto bei einem Binäroptionsbroker eröffnen musst, um mit Binäroptionen handeln zu können. Für mehr Infos, klicke auf den Link unter dem Video.